Hallo liebe Chameleon-Freunde! Wenn Sie so ein Paket bekommen, wird's lustig. Das ist der Beginn Ihres lang gehegten Traums. Und weil es bis zu seiner Erfüllung noch etwas hin ist, haben wir dieses Paket mit viel Liebe gepackt. Wäre doch toll, wenn Sie bereits vor Ihrer Reise in Gedanken schon halb da sind. Und in diesem hochwertigen Ordner steckt alles, was Ihre Vorfreude anheizt. Da ist Ihre Reisebestätigung mit allen persönlichen Details. Da ist das Tag-für-Tag-Programm für jeden Schritt, den Sie auf Ihrer Reise machen werden. Das sind jede Menge Reiseinformationen zur optimalen Vorbereitung Ihres Urlaubs. Da ist noch ein Roman, der in Ihrem Reiseland spielt, damit Sie seine Seele besser verstehen. Und natürlich unser Geschenk. Ihr persönliches Zertifikat über 100 Quadratmeter Rehwald. Da war doch noch... Hier, ganz unten lag es. Unsere Buddha-Währchen, um Ihnen die Zeit bis zur Abreise zu versüßen. So komplett kommt unser Vorfreude-Paket zu Ihnen. Bei Urlaubsqualität bei Chamäleon, bereits bei der Buchung beginnt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020